hallo liebe leute willkommen zu bum bum spikes nein mike wie hast du es nochmal genannt? stachel bum bum. stachel bum bum wusste ich. genau. ja herzlich willkommen wir spielen eine runde spike rush. ja weber meld mal an. ja ja mach ich mal. genau. heute wieder dabei stefan und mike und weber. no. los stefan du musst auch noch hallo sagen. ja hi hallo hallo. sorry. ich war gerade völlig weg. alles gut. gerade drüber nachgedacht. sag ich jetzt dass mike robedo ist? maddex. maddex youtube. oh. youtube kollege. nice. shoutouts an maddex. und meni. maddex. 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 Das ist das nächste geile Car und so. Oh, 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 wie knapp. Oh, den hab ich, den hab ich. Nee, hab ich nicht. War ein nicer Safe, muss man sagen. Ja, das war ganz schön knapp. Ja. Halleluja. Da kickt er seinen Mate und ich fahr dran vorbei. Nice. Boah, du bist ja hardcore. Wichtiger Gangster. Oh, der geht. Boah, Gaming Master, Alter. Boah. Und er saved ihn nice. Er saved auf allen Seiten. Er saved auf allen Seiten. Uff. Mit dem konnte ich leider nix anfangen. Oh. Oh, Wilma, den hast du. Ah, den hat er aber schief drauf gehabt. Ja, der hat der Bär dich abgezogen, war. Äh. Okay. Ups. Bei Absicht. Perfekt. Nein. Sorry. Wilma, was machst du da? Ich will Löwen uns wegkicken, damit ich nichts erheben kann. Ja, richtig. Eigentlich musste ich da einer direkt ins Tor schwecken. Ja, normal schon, ne? Ja. Aber nicht für die fortgeschrittene Strategie. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Boost holen. Holen. Ich fahr dran vorbei, fuck. Der Ball auch noch. Das stört. Sehr gut. Nice. Boah, wie hat er mich denn noch gekriegt? Achso, ich dachte, ich räume für dich frei, aber du schaffst es scheinbar nicht. Wow. Hä, wieso konnte der entschießen? Ja, der hat direkt losgelassen, vermutlich. Boah, viel zu langsam. Das war enttäuschend. Wow. Noll. Aber gut, der geht daneben. Glück gehabt. Ich dachte, ich probiere was. Ja, ich hole den. Ne. Wolltest du nur Nusserstellen, gibst du. La la la. La la la. Boah, schade. Hoppala. Das war so nicht geplant. Äh, yo. Ach, schade. Nein, wir springen alle daneben. Nice. Boah, was wir sind auch. So war es nie was drin. Genatzt. Ja, ich glaube, ich... Ja, Party Destroyed. Nice. Ja, sonst wäre ja keine Lust mehr auf unsere Party hier. Ja, auf jeden Fall. Musst ihr doch gleich Rage quitten, wenn wir mal in Gegendrohbe gucken. Und mit einem meinst du zwei? Ne, beim letzten war es ja noch in der Party. Achso. So, Double Commit. Schade. Meinst du Triple Commit? Triple Commit, ja. Das ist doch besser als Double. Nice. Äh, okay, Weber. Was ist da passiert? Ich hab' gekickt. Nice. Schön. Was auch immer er probiert hat. Nice. Schön. Nice. Ja, fast. Ich dachte, ich könnte ihn verarschen. Es hätte fast funktioniert. Ich kicke ihn in den Field. Oh ja, Mike. Von der Decke. Oh. Ja, jetzt geht's los. Oh. Ich wechsel gleich wieder auf Octane, dann gewinnen wir wieder. Oh, ich bin zerstört. Toll. Danke, Mike. Es lockert der Ecto. Lockert der Ecto. So, wie es aussieht. Hello, Gaming Master. Verstattt. Äh. What the fuck? Sauber. Weiter machen. Geh in die Mitte damit. Nice. Nein, ich fahr einfach rein. Ich fahr einfach rein. Rump ist rum. Ich geh damit nicht in die Mitte, wenn das Tor frei ist. Hallo? Plupp. Kannst du ja mal nett sein können. Nein. Da ist nix. Ich glaub. Dann kämpf dafür. Tu was. Jetzt auch mal wieder was. Oh. Okay. Zurück rotieren. Ja, rotier, rotier, rotier. Ich komme von oben. Guck mal, was du kannst. So was kann ich. Ich kann Tore schießen. Wie du siehst. Meinst du, bist du sicher? Ups. Ja, also. Ich muss sagen. Ich mag diesen Modus. Hier kann ich Ceiling Shots. In dem Modus geht's, ne? Ja. Das ist gut. Dann kann man die Bewegung schon mal trainieren. Aber das Runterboosten fehlt dann nicht. Ja. Das Runterboosten fehlt total. Was? Ja, die machen keinen Anstoß. Warum? Ne? Also. Das werden sie gleich noch dazu lernen. Glaube ich. Ja, wenn ich das noch ein paar Mal mache, auf jeden Fall. Direkt bestraft, ne? Ja. So muss das. Ja. Schön. Ach ja. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Warte, guck mal. Der macht da einen. Oh ja. Ich glaube, sie haben jetzt begriffen, dass das keine gute Idee ist. Ne, das macht da halt von mir Lauf. Faffi einfach nicht. Was? Alter. Der Evasion plus 50, Mann. What the fuck, Mann. Du hast doch Scheet. Ja. Juriken-Taktik, einfach im Kreisdrehen. Ja. Auf jeden Fall. Guck. Die Welt-Taktik 5000. Hui. Da kommt da auch noch was. Das kann ja nicht wahr sein. Haben sie wieder in Ausgleich geschlachtet. Ne, ne. Oh, ne, 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 du. Wir machen es spannend. Ja. Jetzt müssen wir es aber holen. Ja, jetzt aber. Los, lieber. Zeig mal, was du kannst. Patrick. What? Hä? Okay. What the fuck? Ja. Also ich habe nichts gesehen. Klub. Alter. Das war ich knapp. Du hast ihn getroffen. Du hast ihn berührt. Ja. Lustig wäre es gewesen, wenn du ihn rübergeboostet hättest. Hast du, Mike? Ja, den schnapp ich mir. Können dir. Oh ja, auch Ceiling Shot. Nice. Ah. Passt. War knapp, dann nehme ich es auch vorbei. Weber, hauen rein. Jawoll. Oh, super, passt. Alter. Special Tactics. Ich dachte da so, hm, vielleicht kommt der gleich. Also, zurück. Yes, yes, yes. Titter Schuss übrigens. Danke, danke. Oh, hat er direkt. Oh, explodiert direkt. Nice. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Oh, guck mal. Ich will selber ein Zeiling Shot probieren. Nice. Oh, sind. Boss frei. Hast du dich mal gebremst, ne? Nice. Voll gut. Ey, das krass ist aber, dass... So, du rutschst zu weit weg. Ja, stopp mal. Das war genau das letzte bisschen, weswegen der Typ nicht mehr getroffen hat. Richtig nice. Was, so eine Art Türstopper. Ja. Andere sind Türsteher, ich bin ein Tür... Na ja, genau. Was, der Türhopper? Der Türhopper. Wie Minecraft, oder wie? Ich würde sagen, wir haben das Gegnerteam ausgelegt. Würde ich auch was sagen. Nein. Geh weg. Alle drei sind am Tor. Oh, okay. Habe ich mich reingedreht. Krass. Hubala. Ne, kriege ich nicht. Verdammt. Ey, das war stumpf, ey. Oh. Schön. Hau rein. Nehme ich. Nehme ich. Oh, richtig gut gespielt. Äh, nice. Guck dir das an. Du hast ihn losgelassen und danach nochmal angedischt, damit er nochmal drüberfliegt, den er nicht bekommt. Auf jeden Fall. Das war... Der next level Schluss. Das war calculated. Warte. So. Perfekt. Richtig schön Salz in die Wunde. Oh ja, nice. Okay, wir haben noch die Chance, auf einen noch ein Tor zu machen. Müssen ihn nur fangen. Richtig durchdrehen. Der will richtig durchdrehen. Pass mal auf. Ja. Nicht schlecht. Wow. Es wäre so lustig, wenn der jetzt kurz vorher auf den Boden gekommen wäre, ey. Das ist ihr Tor. Oh, scheiße. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Jawohl. Jawohl. Dachelbumbum. Dachelbumbum, ja. Ey, wieso schreibe ich denn das? Scheiße. Ey, ist das Störung. Oh, herrlich. Oh, der Slippery Dan. Oh, mhm, mhm. Nani. Nani. Dann haben wir noch einen Ikusal und ein Hot Roddish. Was? Hot Roddish. Hot Roddish. Was ist denn ein Roddish? Keine Ahnung, man. Vielleicht mal googeln gehen. Immer gleich Zeit, weil wir wieder 50 Tore schießen. Du hast ein Tor geschossen. Das ist einfach nix hier. Nice. Yo, Maik, du machst das. Oh, warte. Wo ist Maik? Ich nuke ihn mal weg. Was? 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 Oh, war das knapp, knapp. Irgendwie schaffe ich es gerade die ganze Zeit, die Leute zu zerstören und den Ball zu kriegen. Oh, oh. Nein, schnapp die durch. Haben wir. Ich hatte gerade kurz ein bisschen Bambi gekommen. Jawohl. Ich auch. Nice, selber. Du hast freie Bahn. Geil. Mich mit der Pille. Was machst du, Mann? 111 kmh. Alter. Volles Mett. Aber rin damit. Ja, rein damit. Ja, rein quetschen. Ah, die haben die ganz kaputt gekriegt. Oh, ein Ball. Oh, wow, ich wollte den haben. Ist okay. Ein bisschen abbrechen. Abort Mission, abort Mission. So. Jetzt nochmal. Alles klar. Keiner kommt. Ah, der fährt hoch. Der fährt noch nicht hoch. Da kommt der Zweite. Schade, ich dachte, ich kann ihn verwirren, so wie das letzte Mal. In die Mitte ballern. Ne. Warum denn in die Mitte? Shuriken. Shuriken. Oh. Shuriken. Nice. Oh ja. Oh, ich habe die Idee. Ich weiß, was ich gleich mache. Ein Shuriken-Tor. Ja. Das geheime Jutsu. Shuriken-Nogoru. Das ist der Hidden Leaf-Schuss. Hidden Leaf Village-Schuss, Entschuldigung. Ob Gott, es nicht vorbei ist. Wow. Oh, wir sind alle vor uns. Ja, das war nicht so klug, Weber. Ich dachte so, okay, ich gehe hin. Ich dachte so, okay, ich bin am nächsten dran, also fliege ich. Aber Weber ist auch geflogen. War mir so sicher, dass gegen Kiel ist. Boah. Das hat sich aber nochmal hochkatapultiert, hä? Oh, mein Ball. Kann man spannend machen, der Typ. Holy. Holy macaroni. Oh, ich kippe ihn da an. Wow. Bisschen zu spät. Ja. Mach da auch Fels. Ich habe keinen Boost, bin aber am Tor. Aber er fliegt drüber. Kein Ding. Oh, was? Alter Schwede, ey. Was ist da passiert? Oh. Hier habe ich den zerstört? Achtung. War er hinter dir? Okay. Ja, hatte ich, aber da hat er mir schon den Ball abgenommen. Ja, ja, ja. Uh. Äh, hallo. Hallo? Nein, nein. Nein, nein. Nein. Ich habe fast nach oben auf ein Tor gestoppt gekriegt. Das war alles Slippery Den. Der war so Slippi. Du hast ihn reingemacht. Ja, sorry. Tut mir leid. Keine Absicht. Hoppala. Das passiert halt mal, ne? Slippery Den klaut meinen Boost. Okay, ich bin im Tor. Ich verteidige. Boah, die klauen sich den gegenseitig. Ja, dann nimm mal. Okay, ich nehme den. Kein Problem. Klapp daneben. Oh. Ah, das war close. Ah, war noch spannend. Was macht der Typ jetzt? Bullshit. Bist den einfach droppen. Ah, oh. Eber. Schön. Ah. Schön. Kein Problem. Nullo problemo. Aha. Aha. Kommt da, ja. Sehr gut. Jawohl, kriegst du den? Das war so richtig schön so. Schuriken. Ballen lassen. Mano. Voll geklaut. Wie weit weg. Ja, den letzten hat Mike zerstört. Ja, aber der Plan war jetzt in meinem Kopf schon vorhanden. Da musste ich den auch durchziehen. Ja. Auf jeden Fall. Oh, Weber, du bist hier. Danke. Schön. Schön, Mike. Wie schön. Oh, was? Der war richtig langsam. Dafür gibt es den Slow Clap. Ja, Slow Clap. Holy shit, wie sieht das denn aus, ey? 17 kmh, Alter, was? Da muss ich auch mal Zeit lassen können. Nein. Nicht für sowas. Ist ernst. Ich bin auf der Drube, ist er. Wout. Okay. Nein. Äh, ja, ich, äh. Däffel. Kein Ding. Äh. Äh. Mano. Schön. Oh, Weber, taust frei. Taust immer noch frei. Ich musste mich neu ausrichten, der hätte sonst meinen Vater nicht verhindert. Ey, ich hab mal einen, der ist losgefahren. Ah, so war das, okay. Nice. Den einen habe ich doch so ein bisschen weggeschubbert da. Okay, Mike, holen Sie dir. Okay. Krass. Für dich. Und rin. Ja, Mann. Oh, der passt so von trial. Signature move, again. Ja, und er macht wieder einen rein. Oh, schön. Plupp. Einfach drüber. Oh. Der Fake. Oh, nice. Ja, gibt einen nice Shot dafür, ne? Danke, danke. Okay, Weber. Kriegst du den? Uiuiuiui. Oh, ja, kriegst du. Nice. War nicht schön. Oh, komm ich nicht dran. Er geht. Weber, werf. Mach ich, ich tue ich ja, tue ich. Oh, mein Gott. Boah, da kommen ja drei. Was zur Hölle? Wenn du mich so fragst. Jetzt ist recht. Ach, Leute. So. Haha, er hat den Scheiße gefangen. Nein. Was? Nein. Ihr Diebe. Oh, ich hätte ihn fast reingebumst. Äh, was? Oh, schönes Ding, Weber. Der war auch, der war auch ein bisschen stumpf irgendwie. So ein bisschen. Flup. Aber weil ich ihn so ein bisschen. Weil ich ihn nochmal getroffen habe, deswegen. War er einfach voll behindert. Haha. Dieser Bonus, ne? Er macht einen fertig. Haha. 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 Oh, was war das? 132. Block. Tadaa. Und. Und voll gegen die Fahrt. Ja. Aber richtig hardcore. Hab ich sogar zu schnell gemacht. Ja. Sogar noch infartig. Oh, scheiße. Oh, was macht der für einen Anstoß? Krass. Boah, ich fahre daneben. Oh, er lässt einfach fallen. Das fühle ich gut. Nice. Toss frei. Oh, oh, oh. Alter, schon wieder. Ey, 9 zu 2. Was zur Hölle. Oh. Boah. 9 zu 2, da sind wir dabei. Ja. Hier geht's richtig ab. Aha. Vielleicht kriegen wir ja noch die 10 voll hier. Oh ja, das wäre schon sick. Mhm. Da darf man zweistellig gehen. Da wäre es fast so weit gewesen. Ach ja. Hast du nice. Mike, ich bin in der Mitte. Okay. Nimm ihn. Nee, den nicht. Oh. Oh, oh. Na? Versuch der Verteidigung 2.0? Nee. Ah. Er zerstört mich. Wie gemein. Vielleicht gehe ich ja doch nochmal. Wenn er jetzt nicht loslässt, klappt das. Oh, ich dachte. Kann den holen. Nein, er lässt ihn doch los. Ah. Nein. Knapp. Die 10 wollten es uns nicht mehr geben. So close. Ja, nice. Schon wieder. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schaltet nächstes Mal wieder ein. Denkt daran zu abonnieren. Lasst Feedback da und noch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Küsschen aufs Nüsschen.